Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Teamcom Live Talk. Heute zu Gast Transportunternehmer und YouTuber Luca Lerger. Hi Luca. Danke Olga und Servus Leutchen. Servus Leutchen, weil das ist auf meinem YouTube-Kanal meine Begrüßung und deswegen begrüße ich hiermit auch so. Finde ich gut. Wir haben natürlich einige Fragen für unseren Gast vorbereitet, aber ihr seid herzlich eingeladen eure Fragen hier unten ins Kommentarfeld zu tippen und wir greifen sie während der Sendung auf. Ja Luca, schön, dass du es nach Erkrad geschafft hast, hier in unsere schöne Eingangshalle. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Freut mich euch kennengelernt zu haben, weil wir tun ja auch schon länger zusammenarbeiten, aber jetzt haben wir uns auch persönlich kennengelernt. Finde ich auch gut. Normalerweise sitzt du ja vorne beim LKW und filmst dich. Genau. In letzter Zeit nicht mehr so, also in letzter Zeit fahre ich nicht mehr alleine, weil ich habe viel andere Sachen um die Ohren, aber wenn ich es schaffe, fahre ich eigentlich immer gerne. Naja, jetzt lassen wir uns ja heute filmen hier auf der Ladefläche von dem O-Timer hier. Sieht ein bisschen anders aus als meine Ladefläche, aber ja, passt. Apropos, für die wenigen Leute, die dich noch nicht kennen, kannst du mal erzählen, was du auf deinem Kanal Live4Trucking genau für Videos machst und hochlädst? Ja gut, also bei mir, erst mal habe ich angefangen, ich hatte halt viele Fragen, was die Selbstständigkeit angeht und so hat es auch dann mit dem Kanal angefangen. Ich habe da einfach wirklich das Thema Selbstständigkeit angesprochen und weil ich einfach gemerkt habe, dass sehr viele Leute in das Ganze reinschlittern und große Fehler machen. Ich habe selber die Fehler auch gemacht, also ich habe die auch wirklich viel Geld dafür gezahlt, Lehrgeld und ich denke, warum sollten die das Gleiche machen. Also deswegen habe ich praktisch versucht, auf dem Kanal meine Fehler oder überhaupt die Fehler, die man so macht, einfach weiterzugeben, wo man genau aufpassen muss, was für Fehler die Leute machen und was man einfach lieber nicht machen soll. Aber jetzt sind mittlerweile da, wie gesagt, ich nicht mehr so viel im LKW sitze. Damals, also vor zwei Jahren, habe ich jeden Fahrer, der Urlaub oder so hatte, habe ich praktisch bin ich dann gefahren. Jetzt in letzter Zeit geht es einfach nicht. Ich habe ja auch mehrere Unternehmen und das schaffe ich einfach nicht mehr von der Zeit her und deswegen ist jetzt mein Kanal, also ich rede immer noch über LKWs. Das Thema LKW ist bei mir immer noch sehr interessant, aber ich tue auch viel von meinem Leben, einfach ein bisschen auch vloggen oder vloggen oder wie verschiedene Namen. Also auch privates oder? Genau. Ich zeige auch viel privates. Ich habe, ich sage mal so, ich habe nichts zu verbergen. Ja und ist das so von heute auf morgen gekommen oder wie bist du überhaupt? Nein, 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 nein. Also ich muss dazu sagen, ich persönlich schaue schon mit Sicherheit vier Jahre lang kein Fernsehen. Okay. Überhaupt kein Fernsehen. Machen ja viele nicht mehr. Genau, ja. Und ich bin einer davon und ich tue eventuell, wenn meine Frau irgendwie einen guten Film irgendwo gefunden hat, dann schauen wir uns den abends an, aber in der Regel schaue ich wirklich nur YouTube. Und ich denke auch, das ist die Zukunft und ich habe, ich spiele eigentlich schon wirklich sehr lange mit dem Gedanken, dass ich auch diesen Kanal mache, aber das ist auch immer die Frage, ja, was machst du erstmal für einen Kanal? Ich habe halt viele Interessen. Bei mir ist halt Thema Auto, LKW, also alles irgendwie, was ein Motor hat, war schon für mich immer interessant und ich wusste eigentlich, dass ich in dieser Richtung auch gehen will und ich habe mir aber schon viel Zeit gelassen. Und dann, ja, kamen immer mehr diese, ja, Trucker-Kanäle, sagen wir es mal so und da habe ich gesagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt. Obwohl ich dazu sagen muss, ich habe mein erstes Video aufgenommen und erst drei Monate später online gestellt. Wow. Warum? Ja, ich wusste einfach nicht, wie reagieren die Leute. Es war schon ein bisschen so mit Angst verbunden. Was sagen die jetzt? Und dann später siehst du erstmal positive Kommentare. Na klar kommen auch immer ein bisschen negative, aber ich habe jetzt, glaube ich, im Moment sind so 6% negative und 94% positive im Durchschnitt. Und ja, was willst du da noch sagen? Ja, genau. Ja, das ist auch die richtige Frage jetzt. Du wirst ja von zigtausende folgen dir und tausende liken das. Kannst du dir den Erfolg erklären? Wer ist dein Publikum? Boah, ja gut, jetzt Erfolg. Also mein Publikum ist eigentlich, was ich auch sehr interessant finde, weil ich rede ja mit vielen YouTubern und bei denen gibt es auch sehr viele junge Zuschauer. Bei mir auch. Ich grüße dich auch recht herzlich. Aber bei mir ist es doch so, die meisten sind zwischen 25 und 44 Jahre alt, weil ich, wie gesagt, nicht so interessante Themen anspreche, wie vielleicht für ein jüngeres Publikum interessant wäre, wie gesagt. Und deswegen ist eigentlich, aber es ist querbeet. Ich habe Unternehmer, nicht jetzt mit LKWs. Ich habe Leute, die haben ihren Sanitärbetrieb oder es ist wirklich querbeet. Ich habe viele auch Unternehmer. Ich habe ein paar Disponenten. Ich habe mittlerweile, weil ich habe ja auch so einen Kurs, den ich kostenlos anbiete und auch einen, den man kaufen kann, wo ich die Schritte in die Selbstständigkeit erkläre. Da habe ich jetzt im Moment auch sehr viele, da der Kurs jetzt schon über ein Jahr auf dem Markt ist, habe ich jetzt auch schon viele, die wirklich sagen, hey, danke, du hast mir geholfen. Ich habe schon meine eigene Firma, schicke mir Fotos von sich und dem LKW und das ist einfach, das freut mich. Wenn man nur mal schaut, wenn du einem zu diesem Schritt geholfen hast und es passt bei dem, also er hat wirklich alles richtig gemacht, freut mich das schon. Also das ist dann für mich schon eigentlich eine Bestätigung, dass das gut ist. Ja, das ist natürlich eine coole Sache und es sieht alles so easy aus. Ich weiß aber, du hast jetzt gerade gesagt, bei deinem ersten Video hast du erst mal Monate gewartet und so und ich weiß auch selbst, dass da viel Arbeit dahinter steckt. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie viel, also was so ein Video erfordert? Also, ja, es kommt natürlich jetzt wieder darauf an, was für ein Video. Video ist nicht gleich Video. Am Anfang hatte ich ja nur diese Fahrvideos. Das ist zum Beispiel, ja, das ist ein Video, am Anfang, das habe ich, ich wusste ja gar nicht, was genau brauchst du. Ich habe meinen Fahrer gewechselt für zwei Wochen und ich habe einfach, ich bin auf Amazon gegangen, habe mich eine Kamera gekauft, zwei GoPros, bla 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 bla, alles liefern lassen. Und dann habe ich das irgendwie an den LKW gebracht und jetzt versuchst du das Ganze zu schneiden. Aber du verstehst erst mal gar nicht, dass dein Computer damit gar nicht zurechtkommt. Dann brauchst du erst mal einen Computer, der über 3000 Euro kostet, damit du überhaupt das Ganze wieder verarbeiten kannst. Also erst mal wusste ich nicht, dass das Ganze so kostenintensiv ist. Also es ist wirklich total kostenintensiv und dann zeitintensiv. Wenn ich natürlich jetzt ein Video mache, wo ich im Auto fahre, die Kamera rein stelle und einfach drauf losrede, das ist dann, ja, versuchst du diese M, meine M's, M's, die schneide ich dann raus. Das nimmt ein bisschen Zeit, aber in der Regel, meine Videos sind noch, sagen wir mal, wirklich, ja, wenn du jetzt eine Stunde... Unbehandelt. Genau. Wenn du jetzt eine Stunde lang aufnimmst, brauchst du noch zwei, drei Stunden, um das Ganze zu schneiden und so. Wenn ich aber jetzt irgendein Video mache, wo ich da Musik, Hintergrund, bla bla bla, wie ich zum Beispiel Truckshow in Kroatien, dann, du hast ja vier, fünf Stunden Videomaterial. Und dann musst du jetzt für so ein Lied, was drei Minuten lang ist, musst du jetzt da rausschneiden, die Highlights. Das, da habe ich, glaube ich, sogar fast zwei Tage, also natürlich nicht den ganzen Tag, aber so abends fängst du an um sechs, sieben, also 18, 19 Uhr. Und dann bis drei, vier in die Nacht, drei, vier Uhr in die Nacht. Also es ist schon sehr intensiv. Ziemlich, ja. Genau. Ja, dann kann man also nur, das kann ja nur aus Liebe und Leidenschaft geschehen, weil wir wissen ja, vom YouTube oder Bloggen kann man ja nicht wirklich leben. Nee, definitiv nicht. Definitiv nicht, vor allem, wenn du das Ganze wirklich auf ein hohes Niveau bringen willst. Ich habe ja jetzt auch, ich habe ja mir ein Büro angemietet, nur für YouTube. Ich bin auf der Suche nach Mitarbeiter, die praktisch neben mir filmen und so. Also das sind ja alles Sachen, das kannst du ja mit YouTube, kannst du ja nicht mal einen Tag von dem Mitarbeiter bezahlen. Das ist, da brauchst du 200, 300.000 Abonnenten, dass du überhaupt für dich selber ein Gehalt haben kannst. Also wie gesagt, da muss man noch viel arbeiten. Aber du suchst jemanden in Kroatien, richtig? Also ich würde am liebsten, dass es jemand aus Deutschland ist, der wirklich auch gerne nach Kroatien kommen würde, leben würde dort. Und vielleicht ist da ja einer dabei, ne? Ja, kann sein. Und mit mir, weiß nicht, nach Deutschland auf Geschäftsreise. Ich bin ja dauernd, ich pendle ja die ganze Zeit zwischen Kroatien und Deutschland. Wer es nicht weiß, also ich lebe in Kroatien, meine Familie ist in Kroatien. Ich habe zwei Firmen in München und in Kroatien. Und dann pendle ich die ganze Zeit, bin ich zwischen München und Sada unterwegs. Und ja, jetzt suche ich eine Person, die halt Lust hat, mit mir mitzukommen. Also das Ganze aufzunehmen und zu schneiden, damit ich diesen Teil wenigstens weglassen kann. Ja, damit du dich auf den Kern konzentrieren kannst. Ja, also du hast es ja schon ein bisschen angedeutet. Du bist jemand, der extrem viel in seinem Leben erlebt hat. Und das können wir hier auch gar nicht erzählen, aber du hast das ja so schön auf deinem Kanal in so einer Videobiografie festgehalten. Das habe ich mir natürlich auch angeguckt. Und eine Sache möchte ich doch noch ein bisschen näher wissen. Und zwar, wie du überhaupt zum Lkw fahren gekommen bist. Ich meine da irgendwas vernommen zu haben von, du hast deinen Führerschein gewonnen oder wie war das? Nee. Nee? Okay, dann habe ich das falsch verstanden. Ich habe eigentlich, also wirklich schon von Kind auf, wo wir noch früher nach Jugoslawien gefahren sind. Und ich bin immer in dem Auto gesessen, habe mir immer die Lkw angeschaut und gedacht, man cool, die Lkw-Fahrer und die haben da ihr Haus mit und so. Mich hat das immer fasziniert, überhaupt das Thema Boot mit Kabine, mit Kajüten, Lkw, Camping, Wohnwagen. Das sind immer so Themen, die haben mich immer fasziniert, einfach sein Haus irgendwie mitzuhaben und was zu erleben, in der Welt rumzureisen. Und deswegen, ich hatte, Führerschein habe ich gleich gemacht, aber nur für, also C und dann für den Mitsattelzug, also für C, E. Das habe ich dann, hätte ich sowieso gemacht. Nur ich hatte bei so einer Verlosung teilgenommen und habe den normalen Führerschein, also die B, habe ich gewonnen. Und da diese Fahrschule von einem Freund von mir ist, habe ich gesagt, können wir das umkompensieren. Verstehe. Und dann habe ich eh gemacht, aber das hat trotzdem, ich bin ja gelernter Bautechniker, ich hatte nichts mit Lkw am Hut, weil mein Vater hat immer irgendwie alles gemacht, dass ich keinen Kontakt mit Lkw habe. Tja, nicht sehr erfolgreich gewesen. Ja, ich meine, man muss ja auch seinen Traum leben. Also du hast ein Leben. Richtig. Ich glaube irgendwie nicht, dass ich wieder, dass es früher Leben gab und nochmal irgendwie, dass ich irgendwo erwache. Und ich denke mal so, das Leben, was du hast, das musst du eigentlich selber in die Hand nehmen. Und das ist auch sehr oft auf meinem Kanal das Thema, dass nicht einfach immer erwartet wird, dass dir jemand anders was macht. Immer der Staat, immer ist jemand anders schuld. Man muss sich einfach anpassen der Situation und sein Leben leben. Gute Worte. Ja, das ist so mein Motto eigentlich. Also bist du auch so ein bisschen Coach, finde ich gut. Ja, für manche eventuell. Ich sehe jetzt gerade, wir haben einen ziemlich langen Kommentar reinbekommen von Pinto Sascha. Der sagt, er ist dein Abonnent und mag deine Beiträge. Ich lese das jetzt einfach vor. Wer Cockpitfahrten aus dem Lkw sehen will, ist woanders besser aufgehoben. Wer sich für die Hintergründe der Branche interessiert, hier ist er richtig. Nicht jeder Fahrer sollte sich selbstständig machen und nicht jeder Unternehmer selber Lkw fahren. Der Luca ist ein seltenes Exemplar von Hans Dampf in allen Gassen. Ich wünsche ihm weiterhin so ein glückliches Händchen für seine Vorhaben. Das ist aber sehr schön. Ja, das war schön. Eigentlich hat er alles gesagt. Ich habe das auch mehrmals gesagt. Also erstmal danke Sascha. Ich habe es auch mehrmals in meinen Videos gesagt, weil manchmal bekomme ich einfach, sagen wir mal, Gemotze in den Kommentaren. Ja, bring wieder Lkw-Videos und so. Es gibt wirklich so gute Kanäle in Deutschland, so interessante Kanäle, wo sich Menschen so viel Mühe geben, diesen Job wirklich eins zu eins rüber zu bringen. Und ich bin einfach wirklich der, der einfach zeigen will, dass auch ein Disponent, auch weil als Fahrer denkst du immer, der Disponent versteht dich nicht. Aber du musst auch mal denken, okay, verstehe ich ihn? Also ich versuche hier wirklich beide Seiten zu zeigen. Ich habe auch mit meinen Fahrern wirklich ein freundschaftliches Verhältnis, was eigentlich auch oft nicht gut ist. Und ich sage denen auch manchmal, Leute, es geht einfach nicht. Wenn es nicht besser geht, dann geht es halt nicht. Wie gesagt. Jetzt kommt noch eine Frage. Eigentlich hast du die schon beantwortet, glaube ich. Aber dennoch, von dem Uwe, fährst du noch selber Lkw? Also Uwe, ich fahre selten Lkw, aber ich fahre immer noch. Also zum Beispiel, vor allem im Sommer. Im Sommer fahre ich oft, wenn jetzt zum Beispiel mein Fahrer krank wird. Wenn für die Urlaube, dann nehme ich immer einen Aushilfsfahrer. Der tauscht dann alle Fahrer aus, dass die alle Urlaub haben. Aber es kann passieren, zum Beispiel mein Fahrer bringt Ware nach Zagreb, wo ich auch ein Lager habe. Und dann muss irgendwie jetzt ein halber Lkw nach Zadar. Das sind so Sachen, wo ich sage, mein Fahrer, geh nach Hause, mach deine Wochenendpause oder was auch immer. Und ich fahre dann selber. Aber in der Regel ist es in dem letzten Jahr vor allem, also 2017, sehr wenig geworden. Wir haben auch, ich habe ja auch diesen Großhandel. Und wir sind da auch stark gestiegen. Es sind jetzt auch sechs Lkw geworden. Am Anfang war es halt einer vor vier Jahren. Und das kannst du einfach nicht mehr alleine fahren. Das geht einfach nicht. Sag mal, was sind eigentlich deine erfolgreichsten Videos bisher gewesen? Ja, erfolgreichste Videos. Das ist ja genau das, das ist das, wo ich sage, bei YouTube, was ich nicht so mag. Ich hatte ein Video, wo wirklich neben mir, also ich bin gefahren, gerade wo ich alles aufgenommen habe, die ganzen Kameras und so. Und neben mir ist ein Unfall passiert. Also wirklich ein sehr schwerer Unfall direkt neben mir. Also einer hat mich langsam überholt und einer ist mit 160 hinten reingefahren. Und ich habe da irgendwie ein Kommentar beim Thumbnail reingeschrieben, mittendrin statt nur dabei. Also Unfall mittendrin statt nur dabei. Und das ist das Video, was bei mir zum Beispiel am meisten geklickt wird. Also am meisten geklickt wird. Ich weiß nicht, wie viele das jetzt Aufrufe hat. 100.000 oder mehr als 100.000. Und dann siehst du auch viele Negative, weil die sehen, oh, da gibt es ja gar keine Toten. Die haben ja alle ihre Köpfe noch. Das ist genau das. Leute wollen immer irgendwie Blut sehen. Und genau die Gruppe von Leuten brauche ich einfach nicht auf meinem Kanal. Ich habe schon eine kleine Community aufgebaut. Ich kenne auch viele schon, also praktisch nicht persönlich, aber unter den Kommentaren. Und das ist das, was mich am Laufen hält. Die positiven Leute. Genau, genau, genau. Wir haben hier jetzt noch eine Frage. Ah ja, von dem Marc. Was meinst du, werden in den nächsten Jahren die Frachtpreise weiter sinken oder steigen? Dein Video mit dem Kommentar zur 45-Stunden-Pause im LKW war top. War auch schön zu wissen. Du kriegst ja auch direkt Feedback. Nicht nur Fragen, sondern... Freut mich, genau. Ja, was mit den Frachtpreisen passiert, das ist schwer zu sagen. Steigen werden sie auf jeden Fall. Es kann ja nicht anders kommen, weil der Sprit wird immer teurer. Sachen werden überhaupt, Lebensmittel werden teurer. Es wird auf jeden Fall steigen. Es ist ja jetzt schon so. Also 2017, da kann jetzt wirklich jeder sagen, was er will. Aber 2017 war schon wirklich... Die Frachtpreise waren schon wirklich gut. Und, dass man in diesem ganzen Geschäft nicht reich wird. Außer, das ist, ich würde es mal... Ich war ja auch früher Autohändler. Ja. Das sind so zwei sehr ähnliche Branchen. Du kannst im Autohandel nur reich werden, um es mal so zu sagen. Und bei LKWs, wenn du einen Unfallwagen nimmst, den du schön machst und weiterverkaufst und so Sachen. Das Gleiche ist beim LKW. Wenn du den Fahrern ganz miserable Löhne gibst, alte LKWs oder mit sehr schlecht ausgestatteten LKWs gibst. Wenn du wirklich jeden Cent an Sprit sparst, dann kannst du eventuell bei einer großen Flotte reich werden. Bei meinen sechs LKWs kann sowas nicht passieren. Also außer, jetzt weiß ich nicht, bei sechs Fahrern, dass irgendjemand eine Tüte Geld findet und die dann zu mir bringt. Aber anders... Das ist schon Leidenschaft. Also das muss man schon so verstehen. Und die Frachtpreise, denke ich, sind im Moment jetzt natürlich nicht die besten. Aber sonst, aufs Jahr gesehen, sind die eigentlich schon wieder angestiegen. Ich nehme hier noch eine letzte Frage rein. Ja. Von dem Patrick. Der fragt, beziehungsweise er sagt, er ist Abonnent von dir. Ja. Wie viel Zeit steckst du noch in deinen LKWs und in deine Transportfirmen? Im Moment zu viel. Im Moment zu viel. Weil gerade im Moment Januar, Februar ist halt schlecht auf dem Markt. Und normalerweise brauche ich eine Stunde. Oder eine halbe Stunde, um eine Tour zu finden. Jetzt wirklich im Januar war es teilweise so, dass ich wirklich den ganzen Tag verloren habe, um irgendwie ein LKW von irgendwo raus zu bekommen. Also im Moment zu viel Zeit. Viel zu viel Zeit. Ja, ja. Ich weiß auch nicht, wie du das alles machst. Ich auch nicht. Meine Frau auch nicht. Der Uwe wieder wollte dir nochmal ein dickes Lob geben. Danke, Uwe. An den YouTube-Kanal. Ich und mein Sohn sehen jedes Video von dir. Und mach weiter so. Und die besten Wünsche aus Leipzig an dich. Ich wünsche zurück und grüße zurück nach Leipzig. Ja, ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Und wer noch mehr Infos haben will und Videos von dir und dich einfach mal erleben will, der guckt bei Live for Trucking auf YouTube. Und da gibt es noch mehr von Luca. Genau. Vielen lieben Dank. Ich würde auch mich nochmal bedanken, also bei den Zuschauern, die auch die Fragen gestellt haben, bei euch, dass ihr mich eingeladen habt. Und wie gesagt, es hat mich wirklich gefreut, die Möglichkeit zu bekommen, mich einfach mal vorzustellen. Kann ich nur zurückgeben. Danke. Also vielen Dank und einen schönen Abend noch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.